Perk gekauft. Ja, klar. Nein, nein, oh! Ja, genau! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA Online. Heute mit dabei der Kabax. Jo, hallo Leute. Der Onkel. Ja, hallö schon. Der Rewano. Yeah. Und der Dani. Hallor. So, wir machen mal hier gleich mal weiter breit. Und wir machen Deathmatch. Breit drücken. Deathmatch im Labyrinth. Im Labyrinth. Da bin ich echt gespannt. Ja, wir uns gefunden haben, ist wahrscheinlich schon der Part zu Ende. Wieder fest und abnehmbare Waffen. Aufnehmbare Waffen, also keine eigenen Waffen. Ich will die Taschenlampe haben, damit bin ich am besten. Abnehmbare Waffen? Aufnehmbare, aufnehmbare. Du kriegst die Kalorienbombe, Alter. Genau. Der Fatman. Oh ja, was ist denn das? Man steht sich so direkt gegenüber. Wie, und man hat nur das Rotfinte? Ernsthaft? Ja, und dann noch eine abgesägte. Was ist das denn, ey? Was ist das? Obi oder was? Ja, jetzt werde ich von hinten irgendwo noch angeschossen. Was soll der Scheiß? Das ist bestimmt Rivano. Ich habe das Predator-Messer gefunden. Och, toll. Jetzt bin ich auch noch in der Sackkasse hier. Das ist doch scheiße sowas. Schau mal, also ihr wisst ja, auf dem Monitor müsst ihr dann auf der Karte, müsst ihr dann mit dem Schraubenzieher dann den Weg markieren, wie ihr rauskommt, ne? Was? Oh, der... Scheiße, ihr habt extra eine andere Waffe gehabt. Alter, ihr habt fast kein Leben mehr, ne? Aber warum konnte ich deine Waffe nicht aufheben? Bin ich ja auch noch im Labyrinth, ist klar. Ich habe so schon Orientierungsschwigkeiten. Ich habe über die Schritte, verdammt. Ey, die Map ist voll kacke. Die ist geil, die ist total geil. Ich habe, ich habe hier überall Schritte und bin ja jeder, wo war eigentlich am Erschrecken schon, am Vorerschrecken sozusagen. Ihr konntet auch. Ich drehe mich um, waff. Oh, ich bin auch im Labyrinth. Das ist ja schön. Ja, im Labyrinth ist es am coolsten. Wenn du da draußen rumrennst, das kann ja jeder. Oh, das trefft ihr jetzt. Nein, nein. Ach, komm jetzt. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir nicht richtig, ey? Grüß, ich habe den gerade abgemurrt. Da kommt er. Weißt du, der alte Abfahrmer. Ich bin ein Farmer. Abziehen und scharf. Ist das bescheuert, ey? Aua. Entschuldigung. Rivano, du bist ein Penner. Er rennt echt alle außenrum vom Labyrinth. Das ist doch langweilig. Ich komme nicht mehr ausgehauen. Hier ist ein Labyrinth. Hier ist ein Labyrinth. Hier ist ein Labyrinth. Und hier werden alle um das Labyrinth rum. Ich glaube es nicht. Revanche. Oh nein, lass doch. Ah, der Dreck-Sack. Der Dreck-Sack. Boah. Ja, genau. Wir haben ja mit einem Schuss direkt durch die Wand genagelt. Ich habe dich ja so ein Stück verfolgt. Durch die Wand hat er gelutzt. Oh, der alte Sack. Ich kipps ja um Granatwerfer. Ich möchte ja in das Labyrinth wegsprengen. Labyrinth? Das Labyrinth. Das Labor mit dem Rind. Labor-Rind? Labyrinth. Oh. Oh, nein. Ich heiße. Mal grüß, ey, du alte Lutscher. Du Lutscher. Haut der mich einfach. Oh, ich raste bei so einem Spinnummer voll aus. Ich versäule mich. Wie Granate. Granate? Granate. Was? An Granate. Oh, no, no, no. Was stimmt denn mit dir nicht? Mann, ich will Granatwerfer. Keine Granate. Der ist doch schon tot, ey. Oh, Mann, ey. Ja, schieb doch mal noch mal drauf, ehe er wieder aufsteht. Ja, wo ist denn mein kleiner Freund? Ja, wo ist er denn? Oh, Alter. Warum sprengt sein Kopf auf, aber er trägt nicht um? Mein Kopf sprengt auf. Alter, ja. Sein Gehirn ist einfach... Oh, wie schnell warst du denn, Alter? Oh, du Drecksack, ey. So schnell wie du. So schnell wie du. Sag bloß. Und ich starte immer wieder in dem Drecksloch hier. Oh. Oh, schön in die Beide geschont. Oh, hier gibt es auch noch Waffen. Au, 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 au. Ich bin mir gerade wie Pac-Man. Ich sammel die Waffen mal auf. Ach, ich bin schon wieder so ein Labyrinth-Eingang. Alter, jetzt kann ich nichts mehr machen mit Stroh, Finte. Hier nicht umfällt. Wer schiebt denn hier auf mich? Oh, Mann. Das ist geil, ey. Ohne Witz. Aber hier rennen ja sowieso alle außenrum, oder? Ja. Oh, ich hab dich doch geschehen. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Ey, was? Was? Ach, Mann. Er hat mich aus der Entfernung einfach geschlagen und ich bin gestorben. Aua, ernsthaft. Ich hau dir, keine Ahnung, viermal den Rücken und du stirbst. Ey. Aua, Alter. Alter, bin ich... Oh, ey, warum erschreckt ihr mich denn denn dauernd so? Ich höre den Schritt. Alter. Der Onkel kriegt schon Anfälle. Der sch... Erschreckt sich. Pass auf, er einen Herzinfarkt kriegt, ja. Na, der arme. Das will ich ja gar nicht. Der arme Kerl. Oh, Alter. Explodiert denn da schon wieder? Der rastet schon wieder. Oh, ich hab Testosteron reingepumpt. Das ist ja bessere Waffen irgendwie. Ich bin hier aber nur Schrot finden. Testosteron. Testosteron, Baron. Also hier reiß ich gerade mal überhaupt nichts. Naja, das ist halt, ne? Wann denn mal? Irgendwie. Das ist halt irgendwie, ne? Hm. Also, Waffen sind hier echt... Mager, ja? Oh, nein. Mangelware. Ach, komm, hör doch auf. Ehrlich, ey. Aus der Entfernung treff ich den garantiert nicht. Kann man eigentlich Granaten anständig werfen, weil der... ...fällt, lässt bei mir die immer nur hinten. Ja, ja, ja. Der schmeißt die bei mir immer nur auf den Boden. Oh, Mann, ey. Rechte Masse? Okay. Achso. Ja, ich hatte ja auch. Ich wollte die Granate werfen, der lässt die einfach voll, so hat der Motto. Ist vorbei. Ist vorbei. Ich geb auf. Bumm. Aber richtig krass, ey. Was ist das denn? BTF, Motorrad oder was? Ja, alles klar. Gib da mir mit dem Motorrad ein. Was ist denn das da oben für eine Wunderpille auf der Met? Oh, was hat er denn? Oh, meiner ist schon wieder müde. Renn jetzt, du faules Stück Elend. Lauf. Och, ist klar. Wo warst du denn? Hinter mir? Hinter dir, ja. Ach, komm ey. Schön, den Kopf reingeschossen. Cash Road muss man sich immer erst so herankämpfen, sonst ist das scheiße. Mann, du Sack! Alle guten Dinge kommen von oben, kennst du's doch. Mhm. Wenn ich aufsteige, ist klar, ey. Ah, du Drecksakt. Ich dachte, ich seh dich nicht. Ich hab deinen Kopf gesehen. Alter, du solltest meinen Kopf aber nicht sehen. Das war aber echt arschknapp gerade. Was war das denn jetzt? Hat mich pulverisiert, übertreibt mal nicht. Ich hab den Kopf geschossen, glaub ich. Geiz. Komm mal lieber ins Labyrinth, das ist viel lustiger. Bin ich. Euch da draußen rum zu vercampen. Draußen rum vercampen. Campen kann man. Ich hör dir über die Schritte. Wenn man die Maschine hört, ey. Krass. Lol, der Snipert jemand? Scheiße. Ey, scheiße. Ey, vor dir ist das Auto stehen geblieben, ey. Wie geil. Boah, jetzt fall um. Ey, mitten auf dein komplettes Magazin, auf deinen Schädel, Alter. Ja, ist klar. Und dann kommt doch von der anderen Seite der Abstauber. Wo verdammt du dich? Ich geh kaputt, kommst du nicht. Hä, wo kommen die Autos eigentlich her? Kommt doch mal ins Labyrinth jetzt. Erstmal. Echt, dafür ist das Labyrinth da. Wenn ihr da draußen rumlauft, ist das so langweilig. Genau, dass man da rumläuft. Ja, Rivano, genau. Dass man da rumläuft und einen sucht. Dafür ist das da. Ja, und ihr rennt immer außen rum. Mann, ey. Du hast doch schon gesüchtet, das Spiel, oder? Ohne Ende. Dank Kasse. Dass der genau weiß, wo der stehen muss. Egal, wie ich schieße. Ich kann sogar aus gutem Glück in den Himmel schießen. Trotzdem trifft er mich. Was soll das denn? Da dreht er sich um und geht mir einen Headshot. Ne. Au, was ist das? Hab ich geskillt, hab ich mir einen Perk gekauft. Ja, klar. Nein, nein, nein. Ja, genau. Da haut er mich einfach um. Ein Double. Mann, ich hab auch geschossen. Double Nice Blade hoch, würde ich sagen. Das hätte sich Klitschko jetzt seine Hupen angucken müssen. Ja. Na, warum ist denn hier? Der hat die Nase dicke. Hey, sagst du den komplett geguckt oder nur Ausschnitte? Gar nicht. Achso. Ich hab nur gehört. Na ja, Schmerzen hat er. Oh. Oh, ich laden an. Nein. Alle Tüte verloren. Scheiße. Wie sie alle vier auf einem Fleck auf einmal sind. Oh, Mann. Alle vier zusammen. Na ja, gegeneinander. Oder so. Ich hab wieder von hinten. Wow. Ja, ist klar. Mach keinen Scheiß. Aber auch mit dem Scheiß-Raketending da. Ist doch voll... Ist doch kein Raketending. Warum schläfst du nicht, du Penner? Fange ich mich auch bei dir. Oh, ich hab doch... Ey. Hör auf. So ein Kack. Oh. Nein. Das ist gar nicht gut, ey. Meine Hand nicht zugeschlagen. Oh. Wolltest du mich abstechen, Alter? Wow. Mach mit eurem Scheiß. Ich mach dich schon wieder mit Granaten. Wollt ihr mich abstechen? Ihr würd gestochen. Ich bin eben der größte Stecher, ja, ne? Na, dann sind wir. Puh. Wollt ihr denn alle? Ein Labyrinth. Puh. Oh, ich hab mich gerade zackt. Oh, Alter. Alter. Oh, meine Granaten hat auch noch getötet. Ich hab die... Ich lass die immer vor meinen Füßen fallen. Ganz komisch. Oh. Musst die rechte Maustaste drücken, Rewander. Hab sie schon auch gerade. Ja. Alter, wir schmeißen die Granaten hier. Ihr rumrennt wie aufgescheuchte Hühner. Alter, hier sind volle Atomkriege. Alter. Callout ist nix dagegen. Oh, scheiße. Ich renne nicht so aus wie sie. Ich hab's gehört. Der Fallobst, ey. Überall die Kadavra. Ich bin ja schon die ganze Zeit hinterher gelaufen. Überall Blutspritzer und Kadavra liegen hier rum. Ja. Was? Da ist er wie hinterher gelaufen. Ich hab's genau gehört. Kurz in der Ecke reingestellt damit. Ah, komm. Ey, renn doch. Oh, nein. Mann, ey. Scheiße. 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 Boah. Oh, herrlich. Oh, da geht ihr aber auch mal ganz kurz die Pumpe, ne? Das ist Wahnsinn. Oh, nein. Oh, ich bin sein. Der Rivano, lass die nicht ständig fallen. Nee, ich muss... Nein, ich muss nachladen. Nein. Da ist die Granate geflogen. Puh. Weg. Nein. Nein. It's a beautiful morning. So, jetzt geht's erstmal ab hier. Hui. Oh. Hu, ha, hu, hu, ha. So. Echt geil. Na, wo seid ihr? Ähm. Alter, ich bin überall schritt. Ich hab's schon verfolgt. Ja, ja. Du bist nicht allein. Nein, 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 nein. Ja. Oh. Oh, du kleiner Drecksack, ey. Gibt's ja gar nicht, ey. Scheiße. Scheiße. Alter, hast du nie... Sterben. Alter. Hast du eine Rüstung ane? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ich hab mir zweimal in den Kopf geschossen. Nein. Ach, der war der Sahne. Der Dani kam noch um der Ecke. Der Dani Sahne. Sahne. Oh. Was ist das? Erlass deine scheiß Granaten da, ey. Komm her. Die Sahne wurde gerade geschlagen. Der Warno macht hier einen auf Granatentyp. Ja, ich mach hier einen auf, ich bring mal jetzt dafür Glück sein. Wann? Na? Ich war's tot, Alter. Hau mal ab. Nein. Ja. Direkt zwischen die Augen genockt. Was ist das eigentlich für eine Pille da auf dem? Die Pille. Na, na. Babypille. Wie bitte? Wie ein. Aha. Hey, Rewano. Nein. Ja, ja. Nein. Okay, ich bin hinter dir. Ja, hat's geklappt, hat's geklappt. Was hast du zu? Ich schlieg die ganze Zeit ein, mit Tatteln, Hörner. Halt die Räder, ey. Boah. Vor allem, wie das nicht gleich hier umdrehen. Woher wusstest du denn, dass ich mich rumdrehe, du Penner? Was ist denn hier los? Hatte ich auf der Karte gesehen. Minimap. Oh, nein, 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 nein. Ha, ha, ha. Hinter dir. Oh, wie war da, wie laggy war das denn gerade? Ja, ist klar. Oh, ja, ist da, Alter. Scheiße. Bei mir ist er auch voll um die Ecke geleckt. Scheiße. Wir wissen, wir haben ja wohl das Wrestling, ey. Ich habe mit der Faust, er kippt mir mit der Waffe ein, ey. Ist klar, ey. Schon halb tot gewesen, weil Ravano mit seinen Wrestling-Moves um die Ecke kommt. Gott, ey. Geh kaputt, kommst du weg. Die Pazza, wo ist die hin? War die noch am Ding? Ja. Was ist denn am Ding? Nee, die waren draußen, aber ich habe sie mal zurückgehörert. Ja, nee, klar, waren wir draußen. Wir sind ja zusammen sozusagen gespawnt da draußen. Da könnte man sich jetzt nicht einfach zu kontrollieren. Hä? Oh, explodiert das schon wieder. Der Körs war... Stopp doch mal, meine Fresse! Alter, ich hab sogar eine Weste gehabt, ernsthaft? Die hält aber nur 2,3 Sekunden. Ich hab ne... Und ich hab ne Hand. Ein Schuss hält die aus vielleicht. Wo seid ihr denn? Alter, ich versteh das nicht. Ich hab mir dir jetzt bestimmt verraten. Na vor allem, ihr hängt da draußen rum, ich renne hier über Lede durch... Nein, ich bin im Labyrinth. Ich bin im Labyrinth. Doch. Hey. Stopp doch mal jetzt, meine Fresse! Das gibt's doch nicht. Der schießt da mir einen Kreis in den Rücken. Garne, du hast zu mir gekocht, ich hab dir schön... Ah, rennt hier draußen rum. Nein! Warum werdet ihr bei mir auf der Karte draußen angezeigt? Oh, weil die draußen rumrenn, wir und ich nicht. Oh, du Ratte! Das machst du, warst du schön. Alter, gibst du da den... Ich schieß und schieß, ey. Ich hab, ey, bestimmt den Gebüsch hab ich gelächert, ja? Und er rennt... Ich hab, ich glaub, die Kugeln sind nicht herumgeflogen, ey. Bloß nicht rennen. Ja, war's jetzt halt, ne? Drumherum. Mann. Die pumpen ja, Alter. Das ist ne daneben Gunn, ist das. Ja, ist klar, Alter. Ich hab's geahnt. Nein! 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 Der hat mir voll in den Kopf geschossen. Aua! Was war das? Au. Oh, da hat irgendeiner... Der hat mich weggespringt, die Sau. Die Granaten. Hm. Also irgendwas stimmt da jetzt nicht mehr. Du hast gesagt, rechte Maustaste gedrückt halten, ne? Ja, und deine linke Maustaste, um zu schießen, die Granaten. Wenn ich dich schon so nicht treffe. Oh, was? Ich bin einfach in ne Granate reingelaufen. Auch mit anderen Scheiß-Granaten, Alter. Wenn ich's da hab, schieß ich von außen rein, wisst du? Peige. Ne, clever. Haltet mal den Dani auf jetzt. Oh! Der hat schon von 120 Minuten. Meine Herren. Das hat die Granate auch gesagt. Was? Meine Herren. Meine Herren. Oh, jetzt macht die wieder hier Selbstmord. Oh, nein! Oh! Der hält mir jedes Mal dran vorbei, Alter. Da künd' ich mich. Alter, das war ein Mega-Move von mir gerade. Geschmiert und Headshot gegeben. Wie geil ist das denn? Ich hab ihn granuliert. Granuliert? Mit Granulat. Schieß doch! Meine Fresse! Eine Millisekunde zu spät, ey. Wollt's denn das wissen? War ja ne Sekunde zu spät. Den krieg ich. Doch! Geht euch nicht um, der Christ, der rennt sich hinter mir, ja. Jetzt gibt's doch diese Schiedsäge! Jetzt gibt's doch diese Schiedsäge! Jetzt gibt's doch diese Schiedsäge! Ja, das Ding ist, ich hab' einfach gewartet, dass Onkel um die Ecke kommt und hab' Granate einfach mal so auf Verdacht reingeschmissen. Man kann ja nicht ahnen, dass du rein rennst. Alter, jetzt ist das Ungewetter. Ungewetter. Das Ungewitter. Aber die Wiedeltmanns, der doch auf jeden Fall bei mir. Genau, Glüter. Helm aufgesetzt. Komm ich da hin? Ey, er fährt schon wieder an deinem Fahrzeug. No, no, no. Woh! Scheiße! Ey, was ist das? Geh weg! Nein! Fährt doch, ey. Hab ich dich getötet? Ah ne, jetzt weiter. Oh scheiße. Jo, alter. Hat aber ganz schön lange gedauert, die Runde. Ja, ja, ja. Oh ne, krass, würde ich sagen. Fighting Force. Ist schon wieder vorbei, oder was? Ja, ist schon wieder soweit. Na, ganz schade. Ich hätte jetzt gerne noch weiter. Egal. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Jo. Ciao, ciao. 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 Ciao.